sehr willkommen hier beim spiel es nur das screenshot modus weil ich habe nicht auf die reihe gekriegt von dem spiel da ein video zu machen irgendwie ich weiß nicht was kontrolle an zwei hälften gerissen eigentlich das spiel sind was heißt simpel also hat er erstmal hier ist mess auf dem planet so da gibt es hier vier so große riesen monster halt und der eine kann hier wie er zieht man sieht wald erschaffen der andere wasser dann macht berge und dann gibt noch einen macht sumpfgebiete sondern je nachdem wenn man hier im waldgebiet gemacht hat und wasser daneben die märz hier gerade sieht dann kann sich hier eine zivilisation entwickeln also menschen als person menschen ja das zum beispiel ist hier so ein monster heißt monster also götter sind nicht eigentlich naja so man kann man kann sogar auch mit denen auch hier alles kaputt machen je nachdem ja ich hab die tür nur gepackt also zweite von drei und das hat irgendwie nie reagiert mussten immer als hat man so ein menü da drückt man halt zum knopf drauf keine ahnung jetzt hatten die richtig reagiert die stadt wollte oder reichen also besorfen wir erst gern mal das hat mich auf die reihe gekriegt habe keine ahnung ist es schon der dritte maler stadt versucht davon ein video zu machen im scheiß nüchtern kopf und hab die scheiß mit auf die reihe gekriegt deswegen fand ich scheiße egal ich habe mir gekauft deswegen war ich jetzt trotzdem davon video zeigt einfach nur ein bisschen was ich würde ja interessant finden wenn mal so klappt wie sein soll aber gut da darf man nur bestimmte sachen nur drücken ist ja klar da kann man jetzt freie hand machen ich hatte auch freie hand modus auch schon mal gemacht also das mal alles alles quasi irgendwie machen kann dagegen dagegen ging noch weniger keine ahnung ich weiß nicht was ich da falsch gemacht hatte gut wenn jetzt erwartet spiel der geschnitt wert von videos hier sieht man zum beispiel hier unten die 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 runden dinger da das sind so sachen zum auswählen halt so muss man dann noch machen hier für seine fläche zu erschaffen dann bäume hinzumachen welche die häuser und die menschen da machen die schon von alleine halt quasi mit wasser in der nähe ist so sieht er normalerweise aus also von weiter weg ja von deutsch kann man schon mal irgend so ein spiel wird auch schon mal genauso scheiße weil video machen unmöglich war quasi ja sonst wäre dann okay gut für eine aufruft ich kann mir nicht sagen naja dafür wird nicht wert elektrkontrollern zwei helfen zu reißen naja so naja gut genug spaß vor seite so war ja gut das war die in dem video ich war ziemlich enttäuscht hoffentlich seid ihr auch enttäuscht davon so naja holt ihr euch ruhig so naja also warte mit euch noch schönen abend und dann bis zum nächsten mal hinschüsst ihr warte bis dann ey